Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu Empyrion mit Dante, der sich irgendwo im Busch herumtreibt. Nee, ich hab einen Blick auf die Basis. Hallo Buddy. Mal kurz das Herz wieder einblenden. Ähm, ja, wie sieht's denn aus mit den Konstruktoren zuhause? Konstruktor, die Konstruktor, der noch oder ist er fertig? Äh, wo ich die, wo ich die Bahn an, wo ich die Bahn an, wo ich die Bahn an gesetzt hätte. Ja, ja, wollte ich grad gucken deswegen, ja. Müssen wir bloß erstmal kurz ein bisschen ausmüllen. Ich schmeiß die Setzlinge jetzt erstmal mit hier rein, wo. Mach ich jetzt mal keinen Unterschied. Das ist toll, das muss da rein, Fleisch, Kaffee. Ach ja, jetzt kommen sie wie, jetzt kommen sie am lovenden Band hier. Die Bänder laufen. Die Bänder laufen. Das macht nichts, jetzt haben wir die Kanonen zu stehen, jetzt machen die alles. Ach, die müssen auch nicht rein. Achso, wollen wir aus den, ähm... Ja, ne, so lange wie wir den, den anderen Bohrer nicht haben, würde ich sagen, wir tun die, die Dinger hier mit rein. Das Fleisch kannst du im Kühlschrank hauen. Ne, ich mein jetzt nicht das Fleisch, ich mein dir die Algen, das Algen-Gelumpe. Eigentlich. Ach, das Fleisch hast du ja trotzdem hier reingeschmissen. Ja, weil ich dachte, du machst gleich aus den zwei Tomaten, wenn du welche da sind, machst du gleich Bixen. Da können wir auch, ja. So. Dann werde ich schon mal anfangen, ein bisschen was zu konstruktieren. Ähm... Ach, hier siehst du das übrigens? Hier sind die Münzen. Die Goldmünzen. Sind mit dem Constructor drin, ganz unten. bei Komponenten, musst du gucken. Ach so! Goldborn? Zwecks des... Zwecks des Marktes, ja. Zwecks des Marktes, den sie eingeführt haben. Ach so, die brauchen einen Goldborn. Ja, genau. Ich glaube, eh eine Münze, eh ein Goldborn bin ich jetzt gar nicht genau. So, dann mach ich mir erst mal... Ach verdammt. Na gut, okay. Jetzt macht er natürlich extra noch einen Kern. Shit, hab ich zu spät reingelegt. Naja, egal. Mist. Hattest du nicht gesagt, man kann das abbrechen ohne den anzuhalten? Ja, aber nicht das, was gerade läuft. Ah, okay. Also Tomaten? Ne. Ähm, Setzlinge doch, im Essensprozessor hab ich noch. Ne, Tomaten an sich haben wir keine mehr. Ne, haben wir da, haben wir keine mehr. Wir haben nur Setzlinge. Ach gut. Ach, wir hatten sogar noch was gegen Poison Food. Super. Find ich das jetzt. Naja. Ja, das nächste Mal. So, aber er lernt's nicht. Er frisst trotzdem weiter die Korndocks. Du? Ja. Naja, ich frisst sie trotzdem erstmal weiter. Ich glaube, das hat ja was damit zu tun, dass es entweder Zufall oder die Menge, die du zu dir nimmst von dem Zeug. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ah! Jetzt wäre ich bei deinem Loch reingefallen ja wieder. Achso, unser, unser Deckenfahrstuhl ohne Fahrstuhl. Ja, wir müssen mal her. Irgendwie irgendwo. Na, ich würd sagen, willst du die Säule so stehen lassen oder willst du aus der Säule einen Fahrstuhl machen? Die müssen wir stehen lassen, sonst fällt dein Zeug in den Kopf. Achso, ja. Okay. Wegen... Wegen dieser strukturellen da. Ja. Ist er nur fertig hier? Ne. Eins, zwei, drei, warum macht er da? Warum macht er nix? Macht das weg? So, machen wir's jetzt anders. So, bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Wir brauchen... Ja? Magnesium. Wir haben nichts mehr. Was? Ja. Hm. Das ist so klein verbraucht, ey. Die paar Mumpeln. Ja, deswegen sag ich ja, lass es nicht auf alles schießen. Weil die paar Mumpeln sind schnell weg. Nee, ja. Ach, ähm, Moment. Jetzt muss ich erst mal noch was machen. Weil sonst ist mir das zu dunkel, eindeutig zu dunkel. Ähm, ne, das war bei Tools, ja. Ja, genau. Das brauch ich. Ich mach mal vier... Zwei... Zwei... Äh... So. Ja. Verlichter noch, damit wir die noch draußen dran machen können. Ja. Stahl... Wieso hab ich jetzt Stahlblöcke gemacht, ich Rindvieh? Keine Ahnung. Oh, nee, Mist. Fuck. Na ja, gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Schöne Eisen, ey. So, hier haben wir alles. Ah, man soll doch mal lesen. Ähm, haben wir eigentlich schon ne Medical Station für die Base? Eine, nee. Wär vielleicht auch mal ne Idee. Okay. So, kann ich jetzt hier die Lampen machen? Ja, kann ich. Machen wir mal... Viere. Und... Diese da. Dittau! Komm, mehr Tratsch. Jungsen. Jetzt auch. Kann das sein, dass das Server irgendwie ein bisschen hängt? Oder war das schon immer so doof in dem... in dem Konstruktor? Bei mir nicht. Das Magnesium ist echt alles weg. Krass. Ah, muss man mal was holen, weil du weißt ja nicht, wo eine ist. Ja, ich zieh gleich nochmal los. Da fang ich mit dem Schiffsbau halt später an. Das Problem ist bloß, ich hab auch keine Mumpeln mehr. Ich könnte mich jetzt nicht mal mehr verteidigen. Kurze Feuerstöße auf die Viecher, bringt mehr. Ja, ich hab ja nur noch... Für die Pistole hab ich nur noch 10. Ohne... 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 Mehrfachmagazin. Also ohne... Ah, hier, da kriegste... Da kriegste meine... Und für die Große hab ich nur noch 12. Ohne Magazin. Extra. Achso, das sind die Drohnen. Gut. Alles klar. Und die packt natürlich durch den Boden durch. Und die zweite? Die packt natürlich auch durch den Boden durch. Ach, das ist da Schwachsinn. Äh... Haben sie das immer noch nicht hingekriegt. Ne, nicht wirklich. Na ja, was willst du machen? Steckste nicht drin. Da bringen sie ja ein Update nach ein Update und machen sie aus der Bree eine Alpha und... Aber den Käse, den haben sie noch nicht repariert, weiss. Das ist sowas Kleines vor allem. Leute, Leute, Leute. Wie gesagt, steckt man halt nicht drin. Ja, warte mal, bist du meine... Ach, Quatsch, kann ich ja nicht. So, jetzt... Sieht aber auch cool aus, das ist toll. Ähm... Bist jetzt dagegen... Ja, ich weiss, es ist nicht viel drin, aber es ist was als gar nichts. Bist jetzt... Bist jetzt dagegen gelaufen und die ist erstmal übelst hochgesprungen. Wer? Ich? Ne, deine Waffe. Achso. Drüben kommt noch eine. Let'sch mal um. Hm? Ach, ne Drohne. Ja. Haben sie noch Mumpeln? Los, Drohners! Die haben genug Mumpeln noch. Das ist schon wieder die Kanonendrohne, wa? Anseh' na. Aber die schießen gar nicht auf die, siehst du das? Jetzt. Also wenn die... Was? Wenn die Drohne jetzt auch durch den Boden packt, dann liegt das eindeutig an den Kanonen. Ja, es liegt an den Kanonen. Ach, wo? Die ist jetzt auch durch... Wenn du so Drohnen abschießt, dann passiert das auch. Ja, aber nicht so häufig, Dicker. Ey, ja. Ja, aber ich meine, das ist alles scheiße, weil das ist auch verschwendetes Gelümbel eigentlich. Ich meine, für das Viehzeug mag es gehen, aber für die Drohnen ist es halt... Mist. Mist. Wo war denn jetzt das Magnesiumlager eigentlich? Renn ich hier richtig rum? Ja. Also hier lang. Und natürlich wieder gerade wenns dunkel ist. Worum denn nicht? Autsch. Kommt ja kein Viehzeug. Autsch. Schieß die auf dich? Nee, nee. Die schießt auf was, was neben mir hinterher rennt. Ich denke mal, es ist wieder so eine verkackte Spinne. Hm. Aber die habe ich jetzt mal gekonnt ignoriert. Also ich würde echt sagen, waren das nicht mal drei Nächte, wo du deine Ruhe hattest? Zum Anfang? Weil dann haben sie das nämlich auch um Ende reduziert. Alter, dann kann ich dir nicht sagen. Ich würde denken, dass es zum Anfang nicht so krass war. Vorher. Weil jetzt hast du ja jede Nacht irgendwas hier. Beziehungsweise auch tagsüber. Aber so wirds nicht langweilig. Muss man mal so sehen. Ist schon nicht einfach. Nee, es ist schon... aber nicht so heftig wie auf Omikron. Das muss man auch mal dazu sagen. Auf Omikron wärs bestimmt noch ein bisschen härter. Auf Opikron. Auf Opikron, ja. Zappys Lieblingsplanet. Zappys Lieblingsplanet. Hui. Ja, so ist das mit dem Licht. Uh, das war ein bisschen hoch. Bremsen. Aber es ist gut, dass mein Jetpack funktioniert. Das mit dem Jackpad. Äh, Jetpack. Jackpad. Ja, ich weiß. Ich hab wieder den Wechselstaben verbuchtet. Mit dem Jackpad. Ähm. Ja. Hier wächst unter Wassergelumpe. Auf ner Insel. Nicht im Wasser. Tja, dann ist das eben so. Hatten wir... Hatten wir ein Update, was vielleicht ein bisschen was verwurstelt hat? Nee. Da wird man ja auch nicht auf den Server kommen. Ach stimmt, ja. Ja. Da war ja was. Ich vergaß. Ach, willst du mich verarschen? Ehrlich? Dein Ernst zu Kackvieh. Und noch ein Woodwalker. Und noch ne Spinne. Natürlich. Warum nicht? Ja, klar. Und jetzt ist die Knarre leer. Na, super. Alter, ich komm hier nicht zum Magnesium holen. Das ist kacke. Das ist echt kacke. Ich hab hier keine Chance. Kannste knicken. Ich komm hier nicht ran. Weil erstens sind da 30 Woodwalker. Na ja, gut. Einer. Aber ich komm nicht ran. Weil die Spinne geht mir voll auf den Sack hier. Die verfolgt mich wie Sau. Ich hab keine Mumpel mehr. Und das wars jetzt. Tut bestimmt well, wenn sie dir auf den Sack geht. Ja. Richtig. Weil die beißt eh immer richtig zu. Tun du's. Autsch. Dann ist der dicke Sack leer. Wenn das weitergeht, bin ich gleich wieder tot. Ach Leute, das ist doch scheiße. Ist mal ganz ehrlich. Ja. Was willst du machen? Eigentlich wär jetzt das günstigste ein anderes Magnesium-Lager, wo nicht so viel Viehzeug rumrennt. Aber das wird's nicht geben. Ich meine mit dem Woodwalker komm ich klar, aber die Spinne ist mir zu schnell. An der Spinne komm ich nicht so vorbei. Das ist das Problem. Die Woodwalker sind mir wurscht. Die sind so langsam. Ich kann's jetzt höchstens mal auf gut Glück probieren. Wenigstens ein paar Batzen einzusammeln. Weil ich bin nämlich auch wieder schon hart am sterben. Ich fress jetzt mal mein Medipack. Mein letztes Kleines. Ja, was ist Medipacks? Ja, ich will ja nicht unbedingt drauf gehen. Ich bin jetzt schon wieder da, ey. Ich mach mich doch am Arsch, ey. Nein, nein. Ja, und die kommt doch noch hier runter. Super. Scheiße. Arschloch. Mensch, ja. Die kacke Pupsi. Ey, Alter, das mit den Spinnen ist so pervers, ey. Wenn du keine Mumpeln hast, das ist echt furchtbar. Ich muss jetzt den ganzen Weg bis zur Basis zurückrennen hier, um die Spinne loszuwerden. Ey, das kann ja wohl nicht angehen. Seh dich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Minirad da. Ne, weil ich zu weit weg bin. Ich bin ja hinter dem Eisenlager. Ach, Mann. Bloß, ich kann nichts machen. Ich kann kein Magnesium holen. Es ist... Kannste knicken. Hm. Hm. Jetzt hat sie komischerweise abgelassen, die dumme Sau. Ne, da ist er. Willst du eigentlich noch was zum Abbauen? Ja, ich hab mit Zweck... Ich hab mit Zweck Kanister gemacht. Ah. Ne, vier sogar. Also ich hab mir noch... Sprit hab ich mir schon gemacht. Hm. Aber ich komm nicht zum Abbauen, weil ich ja ständig hier von irgendwas verfolgt werde hier. So blöden Geviecht. Wo ist das Dreckvieh jetzt? Autsch. Wie Drecksau. Na, ihr habt das wie... Na wie... Na wie... Ohne Mumpeln. Ich kann nächstes mal was probieren. Vielleicht zum größeren Bogen zurückrennen, dass ich hier oben auf dem Berg bleibe. Weil gerade ist er auch stehen geblieben. Wenn ich natürlich nicht wieder... Mich nicht wieder selber töte, indem dass ich zu hoch schwebe und dann runter klatsche wie ein Nasser Sack. Wollt du Generator aktivieren? Mist! Also ich seh sie jetzt nicht. Ah! Ich bin mir aber nicht sicher. So pass auf, jetzt hab ich eh ne Spinne abgehängt, jetzt kommt die nächste. Siehste? Sag ich's nicht? Jetzt geht's schon wieder los. Ich hab eh ne Spinne abgehängt, jetzt kommt die nächste. Ey das ist zum Kotzen echt jetzt. Ja. Da kommt echt die nächste. Das kann nicht angehen. Das gibt's doch nicht. Ich kann hier echt kein Magnesium holen. Das kannst du vergessen. Kannste total knicken. Scheiße dass man noch keine Nahkampfwaffen hat. Das ist doch Schwachsinn eigentlich. So wenn jetzt Pecher brenne ich genau in die andere Spinne rein die ich hier oben platziert hab. Ja. So ist es auch. Jetzt hab ich wieder zwei am Arsch. Ja das ist scheiße. Entweder brauchen wir ein anderes oder wir müssen irgendwie anders am Mumpeln kommen. Weil das geht so nicht. Das ist Mist. Weil ich glaube es bringt doch nichts wenn ich die jetzt bis zur Basis schleppe und dann dass die Kanone die Färtsch macht. Weil das. Ne. Hast du in den Drohnen irgendwie Pistolen Munition drin oder sowas. Ein paar hab ich einstecken ja. Achso stimmt die 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 sind ja wieder durch den Boden gepackt. Aber kannst du mir glauben was du willst das liegt an den Kanonen. Weil wenn du die so mit der Waffe abknallst packen die nicht so oft durch den Boden. Hundertprozentig nicht. Das liegt an dem Spiel an sich. Das ist ne Alpha. Das würdest du machen. Ja aber 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 hauptsächlich an den Kanonen dass sie durch den Boden packen. Glaub ich nicht. Ja ich glaub das schon weil es ist die dritte nacheinander gewesen. Die dritte. Das hat man sonst nicht. Ja. Und jetzt bin ich zu tief gefallen und jetzt bin ich tot. Ach leck mich ey. Nerv. Die geht doch nicht an die Dinger. Das ist ja auch scheiße. Und jetzt bin ich zu viel. Die Waffenarmee keine Mommeln mehr. So egal. Naja gut ich hab doch bloß 1 Tank. Naja. Ich bin zu schnell losgerannt. Also ich probier es jetzt noch einmal. Na warte! Wo bist du denn? na was hast du konntest du kannst du eh keine mumpeln machen wir haben doch auch kein dings mehr ich habe mir gesagt ich habe welche einstecken was wie viel sind welche ja in stack aber jetzt normale 50 oder was ja ganz der hälfte auf alle fälle erst mal und dann das ja noch mal dazu so was ja viel brauche ich ja hier bin ja eh an der base oder hier wurde das alles ok rennt er erst mal mit pistolen munition rum na gut versuche ich jetzt mal mein glück mit ner geladenen waffe was ja spaß die lass mich also wir sind schon wieder bei 21 minuten übrigens so na gut irgendwie würde ich sagen die zwei die die ersten zwei folgen jetzt in der aufnahme harmonisch geschissen gekriegt naja nicht viel ja gut aber in der nächsten folge geht's los hier sagte er und legt einmal ein sterbe marathon ja ich wollte schon kurz hier oben hier kommt schon wieder ein roter pfeil angedackelt ja dann lass ihn antackeln jetzt ist er weit glück da also in diesem sinne das war bestimmt die ne andere kanon und runde in diesem sinne wenn es euch gefallen hat dann däumchen kommentare alles erlaubt und bis zur nächsten folge sag ich aus der dunkelheit auf akua von meiner seite genau von mir aus auch vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge tschau tschau